Schlagersängerin Michelle wird ab dem 18. Februar in der RTL-Tanzshow Let's Dance zu sehen sein. Doch der 49-Jährigen bereitet einiges große Sorgen. Köln, die 15. Staffel der erfolgreichen RTL-Show Let's Dance, steht in den Startlöchern. Ab dem 18. Februar können sich TV-Fans wieder auf eine gute Unterhaltung im RTL-Abendprogramm freuen. Auch die Promis bereiten sich derzeit auf die Tanzshow vor, fokussieren sich nun auf ihr Training. 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten treten in der kommenden Let's Dance-Staffel gegeneinander an und kämpfen somit um den Pokal. Auch Schlagersängerin Michelle ist dabei, doch die 49-Jährige äußerte sich kurz vor dem Start mit großen Bedenken. Let's Dance, 2022 Schlagerstar Michelle offenbart Bedenken bei Tanzpartner Schlagerstar Michelle ist es gewohnt auf der Bühne zu stehen und vor tausenden Menschen zu performen angeschaut zu werden. Ich weiß, wie ich wirke, ich weiß, wie ich aussehen soll. Ich weiß, wie ich mich bewegen muss, ich weiß genau, was ich tun muss. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie die Menschen auf mich reagieren, so die Sängerin. Doch in dem Let's Dance-Podcast offenbarte die 49-Jährige, dass sie vor dem Tanzen mit dem Profi großen Respekt hat. Vor allem sei die emotionale Nähe ein Punkt, der ihr große Sorgen bereitet. Ich könnte mir vorstellen, dass es für mich schwer wird, jemanden, der mit mir tanzt, so nah an mich rankommen zu lassen beim Tanz. Auf der Show-Ebene müsse dabei etwas entstehen, erklärte die 49-Jährige. Und ich weiß noch nicht, wie ich mit diesem Gefühl umgehe, fuhr sie fort. Let's Dance 2022 Schlagerstar Michelle wünscht sich Massimo Sinato als Tanzpartner. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Schlagersängerin in den Proben machen wird und ob sie Vertrauen zu ihrem Tanzpartner aufbauen kann. Auch äußerte sich Michelle dazu, dass es eine Person gibt, den sie sich als Let's Dance-Partner vorstellen könnte, Massimo Sinato. Schließlich sei er groß und habe eine wilde Frisur, sie dagegen ist klein und zierlich. Für sie wäre es eine gute Kombination, ich glaube, dass er in der Lage ist, die Emotionen aus mir rauszuholen. Weil er es kann, erklärte sie weiter im Podcast. Wen Michelle letztendlich als Tanzpartner bekommt, sehen TV-Zuschauer ab dem 18. Februar um 20.15 Uhr bei RTL. Auf eine Comeback dürfen sich die Let's Dance-Fans ebenfalls freuen.